Den hat er, das macht er die ganze Zeit. Mit Helium? Was passiert, wenn du es heiß machst, wird es dann schön eng, oder? Dann zieht es richtig zusammen. Aber guck mit dem Kleinen. Hast du ja gar mit dem Kleinen? Gut Sven, du kannst mit kleinen Dingen umgehen. Und... Aua! Hahaha